Ja Leute, heute gibt es wieder zwei Gratis-Lamas. Gucken wir uns die mal an. Also jetzt ist es nur ganz normal. Bei jedem unterschiedlich, ob das Silber oder Gold wird oder ganz normal. Aus diesem Hals bin ich geschnitzt. Das bringt einen zum Nachdenken. Zwei normale Hubs. Aber das macht ja nix. Wahrscheinlich hat jemand mehr Glück als ich. Wie sicher sind nochmal diese Röntgenstrahlen? Tschüss und dann bis zum nächsten Mal.